Hallo Leute, heute habe ich mal wieder ein Unboxing von einer Box für euch. Ja, Unboxing für eine Box. Dieses Mal unboxe ich das Album Classic. Ja, wie es aussieht, schaut ihr gerne die Unboxings von den Boxen. Deshalb dachte ich mir, mache ich es bei Classic wieder. Je nachdem wie die Resonanz ist, kaufe ich auch extra Boxen, die ich eigentlich sonst nicht gekauft hätte. Wenn es erfolgreich ist, sage ich mal, ein paar mehr Klicks kriegt, dann nehme ich auch gerne Wünsche entgegen zu boxen. Das ist gar kein Problem. Ja, aber heute haben wir mal die Classic Box da an alle Leute, die jetzt meinen Kanal nicht wegen diesen Boxen, wegen den Unboxings der Boxen abonniert haben. Die müssen ja die Videos nicht schauen. Aber ich denke, hier gibt es ein paar Leute, die das ganz nett finden. Und deshalb fangen wir jetzt an. Schauen wir uns erstmal die Box an. Vorne haben wir dieses, haben wir erstmal Bushido und Shindy stehen. Klar, da wird alleine schon deutlich, dass es wohl ein Kollabo-Album ist. Was natürlich wahrscheinlich jeder weiß, der das Unboxing guckt. Aber dennoch wird das auf der Box auch deutlich. Dann halt dieses, ja, gehälftete Classic. Dazu das Bild von der Frau, die ein C zeigt für Classic. Ich finde es jetzt nicht so hübsch. Also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ist das deren Ernst? Was machen die da so? Naja, mittlerweile ist es, sage ich mal, für mich ganz okay. Aber ich hätte mir da, ja, was anderes erwartet. Aber ich sage mal, es ist in Ordnung. Guckt man aber auf die Rückseite. Da haben wir dann nochmal ein paar Daten stehen. Unter anderem, ja, die ganzen rechtlichen Daten. Dazu nochmal eine ERN-Nummer mit Strichcode. Und, ja, da unten nochmal Bushido, Shindy, Sony Music, AMF und Adobe Kit. All die ganzen, die da mit dran beteiligt sind oder waren, ja. Da unten, ganz unten, jetzt sehr, sehr klein, wahrscheinlich im Video nicht zu sehen, sind nochmal ein paar Links. King Bushido.tv und noch ein paar andere Links, ja. Ich zoome mal ganz kurz rein, damit ihr das kurz lesen könnt. Wäre Schwachsinn, wenn ich das jetzt alles vorlese. Ihr könnt dann einfach das Video stoppen, wenn euch das interessiert. Aber ich denke mal, ja, wir machen einfach mal das Unboxing, weil das ja das Interessanteste. Mal gucken, was alles drin ist. Das ist alles mit ein bisschen Plastik hier so ummantelt. Es wirkt schon mal so. Oder für mich macht es den Eindruck, als wäre das so eine Box wie die von Shindy. Die Fuck Bitches Get Money Box, die rote. Also so vom Aufbau her. Als hätten die sich da an den gleichen Hersteller, sage ich mal, wieder rangewagt. Der die Box so vom Aufbau wieder genauso gemacht hat. Aber das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Ja, jetzt kann man das erstmal oben abnehmen. Habe ich scheinbar doch recht. Das legen wir erstmal zur Seite. Und was haben wir hier? Einmal Shindy, einmal Bushido. Ist ganz nett gemacht. Es macht so den Eindruck, als wäre das sozusagen geteilt. Ich meine, die Hälften, die sind gleich groß. Ist jetzt nicht so, als wäre die von Bushido größer als die von Shindy. Da wird auch nochmal das Ganze deutlich, dass es sich um ein Kollabo-Album handelt. Was ich ganz vergessen habe, wir haben wieder das Unboxing-Messer dabei. Nächstes Mal vielleicht mal das richtige Unboxing-Messer. Was ich die letzten Male nicht benutzt habe, das etwas größere. Aber schauen wir mal. Wir machen das erstmal auf. Legen das Ganze dann ein wenig zur Seite. Hier kommt mir schon was entgegen. Muss ich ja aufpassen. Aufpassen. So. Was haben wir hier? Ein Buch. Und da steht drinne, wir schauen mal auf die erste Seite. Ist ja mal ganz interessant. Da haben wir ein Bild von Bushido. Classic. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr nett. Das ist wieder so ein Songbuch. Wo nochmal die ganzen Texte draufstehen. Und jeweils, um das mal am Beispiel von GSD zu zeigen. Erstmal natürlich immer Bilder dazu. Und dann haben wir hier noch halt die Texte dazu. Wo dann jeweils steht Bushido, wenn es Bushido gerappt hat. Oder Shindy, wenn es Shindy gerappt hat. Und ja, nett. Genauso wie bei Fuck Bitches Get Money. Um das mal erwähnt zu haben. Wobei das Buch bei Fuck Bitches Get Money natürlich die Handschrift von den jeweiligen Rappern hatte. Die da dran beteiligt waren. Und hier ist es jetzt in, ja, sag ich mal, in normaler Schrift an PC-Schrift. Jetzt nicht handschriftlich. Dann haben wir hier noch, wie es aussieht, ein Poster. Ja, ein doppeltes Poster sogar. Ich denke, das werde ich euch wieder wie beim letzten Jalil-Unboxing einfach mal abfotografieren, damit ihr das in ganz noch mal ein bisschen schöner sehen könnt. Das würde ich dann an der Stelle jetzt mal einblenden. Also es ist auf jeden Fall doppelt bedruckt, sodass man sich aussuchen kann, ob man das eine sehen will oder das andere. Oder mal das eine, mal das andere. Ist ganz nett. Für die Leute, die das Cover hier nicht mögen, ist das eine gute Alternative, sag ich mal. So, hier haben wir die CD. Ich werde auch gleich wieder die Tracks vorlesen, damit jeder noch mal weiß, was da so drauf ist. Und die Features noch mal vorlesen. Ja, einfach um das Unboxing zu, komplett zu halten. So, das Ganze geht nach oben. Auch so wie bei der Fuckbitch des Get-Money-Box. Ja, jetzt sage ich es schon wieder. Aber das möchte ich einfach nur mal so dazu erwähnt haben, damit ihr Bescheid wisst. Hier haben wir die Kassette, wie auch schon angekündigt. Ja, da steht eigentlich noch mal auf der Rückseite steht noch mal das drauf, was auch auf der Box auf der Rückseite war. Hier haben wir noch mal Bushido und Shindy Classic und vorne noch mal das Cover. Und so weiß jeder. Das ist eine Kassette zu dem Album. Ja, wunderschön. Legen wir auch mal hier hin. Das ist, denke ich mal, die Instrumentals. Ja. Acapella CD, wie hier genannt. Da steht auch noch mal alles drauf. Auch schön. Ist ja auch immer so dabei. Ist ja so Standard. Und hier haben wir das T-Shirt. Das werde ich euch auch gerne noch mal in groß zeigen. Aber es sieht so aus, als wäre das einfach nur, ja, sozusagen das Bild dieser Frau auf ein T-Shirt, auf ein weißes T-Shirt gepackt. Und das Ganze ist in Größe L. In Größe L. Oh nein. Nein, der L ist ein bisschen groß. Ja. Egal. Und das war's. Die Box ist leer. Alles ganz schön. So. Was noch nicht aufgefallen ist. Hier auf der Seite steht noch mal Classic. Und auf der anderen Seite steht auch noch mal Classic. Sonst steht hier nichts drauf. Jetzt widme ich mich der CD. Erstmal mache ich sie auf. So. Dann könnt ihr noch mal reinschauen, wie die CD denn aussieht. Ob da auch das drauf ist, was wir alle erwartet hätten. Nein, eben nicht. Wir haben nicht wieder die Frau drauf, sondern das hätte ich deutlich edler gefunden, wenn man einfach nur Classic drauf gemacht hätte. So halb halt. Und wenn man das, was hier jetzt praktisch auf der CD ist, wenn man das, ja, auch auf die Box vorne drauf gemacht hätte. Auch auf das T-Shirt von mir aus. Von dem T-Shirt hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Ist ein bisschen schlicht nichts Besonderes und irgendwie ein bisschen, naja. Aber mal schauen. Ich werde jetzt auch nicht so viel meckern. Hauptsächlich geht es mir auch um die Musik. Ja. Und, ähm. Ja. Und natürlich auch um den Inhalt. Sonst hätte ich mir hier nicht die Box gekauft. Aber, ja. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, es hätte etwas besser sein können. Also jetzt nicht haten oder so. Ach, irgendwelche Hater gibt es immer. Aber da mache ich mir nichts draus. Ja. Hier haben wir noch mal die Instrumental-CD. Mystisch. Dann haben wir einmal A Cappella und einmal Instrumental. Ähm. Yo. Der Unterschied, das wäre jetzt interessant. Ich blende euch das einfach mal ein. Wenn ich es dann herausgefunden habe, dann blende ich euch das jetzt einfach mal im Video ein. Und, ja. Hier stehen noch mal die Tour-Daten für 2016 stehen hier noch drauf. Ähm. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dabei seid. Ob ihr bei der CCN3-Tour dabei wart. Und, wie gesagt, ob ihr jetzt bei der Classic-Tour dabei seid. Das sieht ja fast so aus, als müssten wir jetzt ein Jahr warten, bis wieder irgendwas Neues kommt. Beziehungsweise jetzt kommt dann ja das Album von Shindy. Das Solo-Album. Aber so wie es aussieht, wird Bushido bis dahin nichts machen. Habe ich zumindest das Gefühl. Weil, weil das ja die Classic-Tour ist. Und nicht die, keine Ahnung, wie das neue Album dann heißen wird. Tour ist. So. Jetzt lese ich das noch mal ganz kurz vor. Weil das ein bisschen schwer wird, weil hier nur die Hälften drauf sind. Aber das geht schon. Ähm. Eins, Brotbrechen. Zwei, Classic. Drei, GSD. Ähm. Vier, Megalomanie. Ähm. Ja, das Fünf kann man zum Beispiel schon mal gar nicht lesen. Blende ich euch auch ein. Aber auf jeden Fall Featuring Materia. Ähm. Auf Neun haben wir ja... Neun? Nach Fünf kommt nicht Neun. Das soll Sechs sein. Die Zahlen sind doch alle umgedreht. Wenn ihr auch Probleme beim Lesen dieser Tracklist hattet, dann schreibt sie mir auch mal in die Kommentare. Sonny. Ähm. Sieben. Verlieren, hassen. Könnte das heißen. Acht. Blende ich euch auch mal besser ein. Das ist... Müsste man eigentlich... Naja. So auch nicht lesen. Egal. Ähm. Neun Adel. Zehn Shindy. Elf freier Fall nach oben. Feed Jascha. Zwölf Rap-Leben. Dreizehn glänzen. Glänzen. Glänzen wahrscheinlich. Vierzehn über alles. Feed Ali Boumaié. Ähm. Fünfzehn. Fünfzehn Mama weiß auch. Und sechzehn ist nicht alles. Könnte das heißen. Ja. Ich weiß... Wusste sie jetzt leider nicht auswendig. Sonst hätte ich euch das auch so sagen können. Aber ich... Alles was ich jetzt falsch gesagt habe oder was ich jetzt irgendwie... nicht ganz hinbekommen habe. Blende ich euch auf jeden Fall ein. So. Dann freut es mich natürlich, dass ihr zugesehen habt. Das war es soweit mit dem Unboxing. Gebt mir einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Video gut fandet. Ansonsten... Ähm. Kommentare dürft ihr auch immer schreiben. Ihr dürft mir auch schreiben, was ihr nicht gut fandet. Zum Beispiel. Wenn irgendwas nicht gepasst hat. Und... Ja. Ansonsten... Ähm. Ähm. Kauflink zum Album gibt es in der Beschreibung. Und dann... Ähm. Ja. Abo natürlich auch immer gerne gesehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann Leute. Ciao. Das Video hat dir gefallen. Und oder du möchtest mich und meine zukünftigen Videos unterstützen? Dann schau dir doch einfach mal in Ruhe meine Vorschläge an. Alle wichtigen Links gibt es auch in der Beschreibung. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. 5. Bis zum nächsten Mal.